Coole Drei-Zimmer-Wohnungen, Denkmal vor der Sanierung. Großes erstes Zimmer. Mit Stuck, der bleibt auch, wurde noch fein gemacht. Zurück zur Diele- und Garderoben-Bereich mit Kammer dahinter, hinter der Tür. Dann haben wir hier das zweite große Zimmer, leider ohne Stuck. Zurück zum Diele- und Garderoben-Bereich. Dann haben wir hier die Wohnküche mit Essbereich. Sehr schön große, hinter der Wohnküche haben wir Arbeitszimmer, Gästezimmer. Schöne Drei-Zimmer-Wohnungen, Denkmal vor der Sanierung. Blick aus dem dritten Zimmer. In die Wohnküche mit Essbereich. Wohnung vor der Sanierung, Denkmalobjekt, Volldenkmal. Blick, Diele- und Garderoben-Bereich. Mit Kammern. Jetzt fehlt der wichtigste noch, haben wir ein großes Bad mit Dusche. Kommen da auch komplett neue Heizung rein. Hier sogar schon mit Deckbaden, Wanner- und Waschmaschinenanschluss im Bad. Blick fensterseitig. Kommt auch wieder rein, Busche und Wannenbad. Schönes Denkmalobjekt. Schönes Denkmalobjekt. Dann geht's zurück zum Diele- und Garderoben-Bereich. Und dann beenden wir die Wohnungsbegehung, Besichtigung im ersten großen Zimmer von der Drei-Zimmer-Wohnung. Und sagen einfach Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben. Danke.